Lukas Podolski zu Besuch bei Dr. Müller Wohlfahrt in München. Der Arsenal-Spieler hatte sich im Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Fenerbahce Istanbul am linken Oberschenkel verletzt. Die Diagnose nun deutlich schlimmer als zunächst angenommen. Podolski wird Arsenal London wohl mehrere Monate fehlen. Heißt auch, für die Nationalmannschaft muss Jogi Löw sich für die nächsten Qualifikationsspieler im Sturm eine Alternative überlegen.